so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge shell shockers amanda von hinten ja jetzt in beiden folgen ließen ja eher so sehen gut wir probieren es noch mal mit der crack shot wir werden da mal so alle waffen durchspielen auch 100 teams jetzt erst mal so kommen das will man machen wenn da drei leute bei dir sind wir nehmen jetzt auch mal die shotgun hier immer hier runter da oben den können wir bestimmt holen wenn wir hier von hinten kommen ja von beiden seiten ja perfekt der killstrike ok ja amanda mieter 3 ist halt sehr schwierig so zu spielen muss halt hoffen dass da jemand alleine ist wir uns noch mal mit der waffe wollen wir hier ok ja trotzdem das habe ich jetzt das schild da muss ich nachladen ja ist schwierig aber ich denke das wird schon gut mit der waffe ist fast unmöglich mehr als zwei glitz zu machen weil dann triffst du mal auf irgendjemanden die in so einer gruppe jagen war es ein roter oder ein blauer auf alle fälle war er alleine aber ich sehe jetzt gerade ja nicht ja klar ja mit einer snipe könnte man daran gehen aber es war gut ich habe da ein jetzt genommen mitgenommen schade da war ich zu langsam lpp ich denke das ist gut mit der scrambler das wird schon so das war glaube ich in roter der hier war ja der verfolgt den blauen jetzt komme ich hier von der site of life perfekt auf die container hüpfen ok bisschen rumgepackt jeder um ist einer mein serie so viele ja ja soll ich noch mal die waffe werfen ich denke nicht waffen wechseln ich denke nicht weil es funktioniert ja jetzt erst mal so mehr oder weniger ok so viel zum funktionieren aber um ist abwechselnd einzubringen ich bin jetzt mal die free ranger das ist dieser andere sniper jetzt kann werbung sehr schön überspringen wir kurz auch kein lust dass die fünf sekunden jetzt rauszuschneiden das macht dann wenig sinn wenn ich zwar machen oder das sollte jetzt kein problem mit der free ranger das ist hat auch mehrfach schuss ja er hat jetzt ein schutzschild wir nehmen noch mal die pack da ich hier mit den explodierenden dingern habe ich auch mal ein doppel kill mit geschafft habe ich zwar leider nicht aufgenommen ok können wir mal auf hoch hinter mir ja wechseln wir können wir mal hier und dann will ich noch mal mit der shotgun spielen das hat am meisten spaß gemacht ja jetzt sind wir auch nur noch zu 6 auch gut so macht das spaß also was willst du machen wenn vor dir einer mit schild und hinter dir einer mit nochmal mit der shotgun steht aber ich denke ich spiele schon eigentlich ganz gut bei den letzten spielen war es ja auch so dass ich dann wirklich mal richtig reingeschissen habe da wurde gerade was abgeschossen nicht so perfekt vielleicht noch mal eine zweite granate holen perfekt hier nachladen aber als taste ich will jetzt ungern nach hier oben geschossen dann muss ich dann von unten ran gehen um die zwei verlaufen hier ist gerade ein duell das sind dann wieder zwei das macht man halt keinen sinn ja jetzt hat er wieder den chip bekommen noch eine runde auch eine runde ist drin spiel ist ist nämlich auch einer jahr von da auch noch mich dann nur noch dachte ich bin noch weg ok noch mal eine runde letzte runde für heute noch mal alles geben naja ich habe es auch kein bisschen mehr also bis zum nächsten mal wir wenn es da heißt shellchockers.io war jetzt nicht erfolgreich die runde aber ich denke dass das schon ganz gut gespielt war von mir wir sehen uns dann bis dahin tschau